Heute habe ich keine Zeit für irgendwelche Vertriebler, heute habe ich keine Zeit für Nebentätigkeiten, heute muss ich mich mal ausschließlich um meinen Betrieb und um die Kranken kümmern. Hi, der Mitch wieder hier. In diesem Video möchte ich mit dir über deine Erwartungshaltung sprechen und aus welchem Grund die Erwartungshaltung dich vertrieblich blockiert, einschränkt und dich nicht so schlagfertig machen lässt, wie du es gerne hättest. Ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, dass es eine gewisse Erwartungshaltung gibt bzw. dass du ständig Erwartungshaltungen in deinem Kopf hast. Wenn du rausgehst, hast du Erwartungshaltungen. Wenn du Auto fährst, hast du Erwartungshaltungen. Wenn du in deinem Büro auf Arbeit bist, hast du Erwartungshaltungen. Am Wochenende hast du Erwartungshaltungen. Der ganze Tag besteht aus Erwartungshaltungen. Wir stellen uns auf etwas ein, sagt man ja auch so schön. Stell dir also gedanklich vor, du rufst deinen Kunden an und stellst dich darauf ein, dass er Zeit hat. Du hoffst und stellst dich darauf ein, dass du jetzt einen Termin bekommst. Und du stellst dich darauf ein, dass du so ein geiles Produkt hast, da muss jeder dir einen Termin geben. Nun rufst du den ersten Kunden an. Der Kunde hat die Erwartungshaltung wie folgt. Er hat heute einen stressigen Tag. Alle seine Mitarbeiter sind krank. Er muss alles organisieren. Also ist seine Erwartungshaltung, die er im Kopf hat, heute habe ich keine Zeit für irgendwelche Vertriebler, heute habe ich keine Zeit für Nebentätigkeiten, heute muss ich mich mal ausschließlich um meinen Betrieb und um die Kranken kümmern. Und das muss jetzt auch jeder nachvollziehen können. Jetzt rufst du an mit der Erwartungshaltung, du hast das geilste Produkt, du musst den Termin bekommen und triffst auf einen Menschen, deren Erwartungshaltung ist, heute muss jeder mal verstehen, dass er im Stress ist. Und diese zwei Menschen treffen jetzt aufeinander. Ich hoffe, du kannst nachvollziehen, in dem Moment wird dieses Gespräch nicht unbedingt schön sein. In dem Moment wird das Gespräch auch nicht so sein, dass du sagst, wuh, Ziel erreicht. Sondern dein Kunde wird relativ schnell verbal dir mitteilen, dass er keinen Bedarf, keine Zeit hat und er wird es auch von der Tonalität mitteilen, dass er auf dich keinen Bock hat. Du auf der anderen Seite hast wahrscheinlich die Erwartungshaltung und wirst ihm durch deinen Ton mitteilen, dass er ja so nicht mit dir reden kann, weil du eins der geilsten Produkte dieser Welt hast und dass er dir doch gefälligst einen Termin geben soll. Was beginnt also nun ein verbaler Schlagabtausch? Und das ausschließlich nur aus einem Grund. Deine Erwartungshaltung. Verstehe mich bitte richtig. Wenn du in der Akquise bist, ist es ja so, im ersten Moment, wo du jemanden anrufst, musst du dich auf die Erwartungshaltung deines Gegenüber einstellen. Warum? Du kannst nicht erwarten, Erwartungshaltung, dass wenn du anrufst, dass die Welt aufhört sich zu drehen. Das tust du aber automatisch, weil du framest, du triggerst dich. Du bringst dich in eine gewisse Einstellung und verstehe mich bitte richtig, das ist auch gut, dass diese Einstellung gegeben ist, dass du dich vielleicht putschst, dass du dich in den richtigen Zustand bringst. Zustand bedeutet aber nicht Erwartung. Der Zustand ist, dass du flexibel im Kopf bleibst, dass du gut drauf bist, dass du den Kunden da abholst, wo er abgeholt werden möchte. Hör auf mit deiner Erwartungshaltung, weil das wird zum Schlagabtausch führen. Wenn du eine Erwartungshaltung hast, dann bist du entweder gekränkt, enttäuscht, verletzt. Du hast irgendeine negative Emotion, wenn deine Erwartung nicht erfüllt wird. Und die Erwartung entsteht ausschließlich hier drin. Wenn du also versuchst, deine Erwartung nicht so aufzuputschen, sondern im besten Fall deine Erwartung zu minimieren, passiert eins. Du rufst den Kunden an und kannst dich auf ihn einstellen. Du kannst ihn da abholen, wo er abgeholt werden möchte, weil du kopfmäßig völlig flexibel bist. Du erwartest keinen Termin mehr. Du erwartest, dass er nicht mal mehr ans Telefon geht. Du schaust, was passiert. Dein Ziel ist es klar, einen Termin zu bekommen, ihn zu begeistern und Umsatz zu machen, weil du von deinem Produkt überzeugt bist. Was dein Ziel aber nicht ist, ist eine Erwartungshaltung zu haben, der muss mir ja wohl einen Termin geben und nur deswegen rufe ich an. Weil dann wirst du eins bekommen, den typischen verbalen Schlagabtausch. Wenn du anfängst, deine emotionale Erwartungshaltung zu senken, zu schauen, mal gucken, was da heute passiert. Ich weiß, ich kriege den zum Termin. Ich weiß nur nicht, ob es heute Morgen oder übermorgen ist. Der wird aber von meinem Produkt, von meiner Dienstleistung begeistert sein, weil ich heute schon weiß, dass er es braucht. Vielleicht weiß es nur er heute noch nicht. Dann wirst du in keinen Kommunikationsschlagabtausch mehr kommen, sondern dich immer neben deine Kunden stellen, weil du viel mehr Verständnis hast. Verständnis für die Situation, weil wenn du ohne Erwartung kommst, kannst du dich auf ihn einstellen. Und wenn du dich als Vertriebler auf ihn einstellst, wirst du ganz andere Gespräche führen. Also hör auf, die Erwartungshaltung zu haben und fang an, dich auf deinen Kunden einzustellen. Und deine Gespräche werden nicht nur anders laufen, sie werden unglaublich viel mehr Erfolg bringen. Und du weißt, im Vertrieb ist Erfolg gleich mehr Termine und mehr Termine führt automatisch zu mehr Umsatz. Wenn auch du eine Erwartungshaltung hattest oder wenn du Erfahrungen gesammelt hast, schreib es bitte in die Kommentare. Wenn du Erwartungen gesenkt hast, telefoniert hast und Erfahrungen gemacht hast, schreib es mir in die Kommentare. Folg auf jeden Fall meinem Kanal für mehr Vertriebstipps und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der Anwendung.